Hiermit nenne ich dich zu Gott. Oh, Teufel auch, wer sind sie? Der neue Planet. Das dauert doch viel zu lange. Nein, 666 Tage. Und eine, um zu sehen, dass es gut war. Also gut. Professor Fest, Ihr Kollege Dr. Wegler meint, jeder könnte CO2 in Buch und Holzquadern verwandeln. Was sagen Sie dazu? Halte mir gefälligst diese Paparazzi vom Leib. Warum leugnen Sie, dass Ihre Frau als Nacktmodel arbeitet? Und wie wäre es mit einem Auftritt in der Schaltstelle der Macht? Wie im Weißen Haus? Nein, in einer Talkshow. Auf keinen Fall. Doktor in der Felsch! Professor, Sie werden gewundert, geehrt, ausgezeichnet. Sie sind eine noch größere Touristenattraktion als der Tafelberg. Wir werden etwas ganz Außergewöhnliches bauen. Etwas Großartiges. Einmaliges. Die Quintessenz aller menschlichen Leistungen. Herr Engel! Wo sind Sie? Die alten Spakler schmeißen rein, weil sie das Handtuch. Wiedergeboren am 1. Mai. Du überschreitest deutlich deine Kompetenzen. Schluss! Komm her! Nein, Moment. Auf der Stelle! Aber ich... Ha, ich hab doch mal... Das war ein Befehl! Ja, ich komm ja schon. Ja! Ja! Genau! Nichts! Nein! Nein! Ich sie! Ich sie! Ich sie! Nein! Ich sie! Nichts! Ich sie! Untertitelung des ZDF, 2020